Mastkopf weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Kapvorn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann gewacht den Strahl der Ostfluss des Friedens. Hell durch die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist ein Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früher das Bild schlägt jedem von uns die Stunde. Auf Matrosen, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer gibt keinen von uns zurück. Seemanns Braut ist die See und nur ihr kann er freu sein. Maxgnade, der ist ein Schiff. Wir können das nicht schlafen. Die Welt ist ein Schiff. Wir können die Welt nicht schlafen. Wir können das nicht schlafen. Und das ist ein Schiff. Musik 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 Europisch war das zu unserer wohl letzten Kaffee- oder Familienfahrt, denn im nächsten Jahr haben wir Aufgaben, die uns weiterführen werden und die uns keine Zeit lassen, so eine Familienfahrt durchzuführen. Und insofern, dieses die letzte Fahrt des Tenders sah vor der Autodienststellung Ende 1990. Wir werden Ihnen auf dieser Fahrt ein bisschen Einblick geben in das Geschehen und das Leben am Dorf. Wir werden Sie auch führen durch die entsprechenden Wäldigkeiten und Ihnen unsere Anlagen erklären. Und wir werden uns bemühen, Sie über diese Line, diese Leitung, diese Lautsprecher zu informieren über das, was am Backort links im Fahrzeug rumliegt. Und dann schauen wir uns rechts im Fahrzeug rumliegen, an uns vorbei rauscht. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag viel Spaß, viel Freude, viel Erlebnis. Und eine Bitte, meinen Sie vorsichtig an Bord. Dieses K-Schiff ist kein Luxus kleiner. Es lauern überall Tücken und Gefahren, man stößt sich überall den Kopf oder das Schien rein. Gehen Sie langsam, gehen Sie mit Bedacht, gehen Sie vorsichtig, damit das Tagesgeschehen nicht durch irgendwelche Gerüche und Unfälle überschaltet. Viel Vergnügen am heutigen Tag. Musik 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 Bitte, so richtig, so richtig kürz. Herr Klaus, guck mich noch einmal an, bevor du versenkst. Klaus, bist du in Ordnung? Keine Arbeit. Klaus, bist du? Klaus, bist du? Klaus, bist du? Kannst du auch nachdenken. Klaus, bist du? 년seig. Stész, bist du? K��zen, vom Tag, bist du? St팔, bist du? K OFFICIKE! KÖT KÖT Das war's für heute. Wir haben jetzt hier gefilmt. Wir sind hier in der Geschäften und wir haben gerade Sachen. Wir haben ja auch eine Werke, die jetzt in der Film. Also, wir haben ja mal die Kapitän. Ganz so gut für alle. Danke, Mann. Danke. Wir können auch. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin ja ja. Hallo. Hallo, ich bin 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 ja. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Mit den beiden Booten, Redos und Regeln von unserem Geschwader sind beendet. Wir nehmen jetzt wieder Fahrt auf. Für uns da wird voraus der Neusturm Kalkgrund. Wenn wir den etwas mehr als quer abhaben, gehen wir auf neuen Kurs nach Südost, um in die Kieler Burg zu laufen. Der Neusturm Kalkgrund 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 Kalkidental Kalkgrund Kalkgrund Musik 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 Das ist die Knotenzeuge. Regenloch der Stamm. Schatten, Resetka, Vierfreier, Rutschkörner. 4, 10, 20, 30, 34, 19, ne? Jetzt, jetzt, jetzt wird's gefährlich. Wir haben gefilmt, ja. Oh, pack dein Geld immer weg, ne? Ich hab schon eine Frau in dir, das ist schlecht. Ich hab schon eine Frau in dir, ich hab schon eine Frau in dir, ich hab schon eine Frau in dir. Ich hab schon eine Frau in dir, ich hab schon eine Frau in dir. Ich hab schon eine Frau in dir. Gut, jetzt kommt ein bisschen. Wir werden uns in diesem Seegewicht für einige Minuten aufhalten und werden während dieser Minuten einige Manöver durchfahren, die Sie auch interessieren werden. Zunächst mal wird unser Turm Alpha vorne auf der Bank... ... 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 Das war's für heute. Oh mein Gott! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.